Hey Skat-Freunde! Heute gilt es an sich nur eine Frage zu beantworten und die lautet, ist die Karte noch heiß? Ist da noch Feuer drin beim zweiten Qualifikationsturnier zum Game Duell Skat Masters? Ich war ja so gut gestartet, aber dann in den letzten Päckchen gab es richtig Gegenwind, der schöne Vorsprung ist dahin geschmolzen, so dass ich jetzt auf durchschnittliche 750 Punkte nach sieben Päckchen schaue. Das heißt natürlich, jetzt muss ich noch mal alles nach vorne werfen in diesen letzten fünf Päckchen. Wenn ich hier noch ganz vorne angreifen will, dann braucht es eine richtige Explosion, aber auch ansonsten für ein gutes Ergebnis im Preisgrad werde ich jetzt natürlich noch mal die Karte kneten, das habe ich mir zumindest vorgenommen, und dann schauen wir mal gemeinsam, was dabei rauskommt. Erstes Spiel hier, auf jeden Fall ein schöner Ansatz. Sechs Trumpf mit einem Seitenass, leider komme ich natürlich nicht für 20 ran, für ein einfachen Herz, das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Und ja, wo ich jetzt hier auch für 24 nicht Besitzer werde, da streiche ich also die Segel, dann ist es vielleicht gar nicht so ein gutes Spiel, mein Herz Hand, dann muss Vorhand wohl mal ein Spiel vortragen. So, Pik wählt er, da habe ich natürlich im ersten Moment auf den ersten Blick nicht so viel entgegenzusetzen, nur drei Trümpfe. Karo Ass beim Alleinspieler. Aber jetzt wird es hier interessant, schaut euch das mal an. Den ersten Stich hat mein Partner mit Karobuben übernommen, und jetzt nimmt er diesen Stich nicht mit. Da hätte ich ja gesagt, die Reihenfolge andersrum wäre vielleicht besser, aber vielleicht gibt es auch einen Grund. Vielleicht hat der Spieler sogar nur vier Trümpfe, und inzwischen muss er ja schon mindestens ohne sechs sogar spielen. Ja, und wenn mein Partner tatsächlich also noch zwei Trumpfe mit hat, dann möchte ich nicht nachher mit dem Kreuz Buben hier wieder ans Spiel gebracht werden, deswegen ziehe ich den jetzt einfach mal vor. Und ja, tatsächlich, und sogar Pik König bei meinem Partner, also ein teures Spiel ohne sieben, vier Trumpf. Gut, die Beikarte kann natürlich stark sein, das heißt noch nicht, dass wir hier gewinnen. Ich muss mich jetzt entscheiden, irgendwo reinzugreifen, und Kreuz Ass sogar auch noch bei meinem Partner. Also, das wird wohl schon interessant. Jetzt nicht Trumpfabzug, sondern ein Spiel in Karo 10. Ja, ein bisschen überraschend tut es mich schon. Und auch jetzt zieht er noch nicht den Trumpf. Ja, was macht denn mein Partner da? Der hat die Ruhe weg. Ja, aber andererseits konnte er sich das wohl erlauben, das Spiel war zu schwach. Herz Lusche auch noch mit in der Beikarte. Ja, Mensch, also da hätte der Spieler vielleicht mal sogar eine Chance gehabt, wenn er Kreuz 10 oder so oben behält und Herz Lusche im Keller hat. Aber jetzt hat er natürlich ein ganz dickes Ding verloren, ohne sieben den Pik. 52 Augen. Das ist eine nette Hausnummer, die er sich da anschreiben lassen muss. Minus 176 Punkte. So, nun muss ich aber auch mal meinen Worten Taten folgen lassen. Also das war ja eben noch nichts. Und auch jetzt hier, natürlich reize ich den Kreuz und fast genauso klar, ich komme nicht für 24 ran. 27 werden geboten. Und jetzt sage ich mal ja, doch, ich gehe auf Hand. Das Spiel hat zwar diesmal keinen Seitenast, dafür aber nur zwei Farben, Karo 10 zu dritt. Na ja, immerhin habe ich das Spiel schon mal bekommen. So viel habe ich auch nicht zu verlieren. Deswegen kann ich hier mit ganz ruhiger Hand ein Kreuz vortragen. Und klar, der braucht einen wenig günstigen Verlauf. Erstmal Hinterhand und dann kommt Karo raus. Das ist doch schon genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Besser hätte es jetzt bisher nicht laufen können. Gut, Herz Dame. Da schmeiße ich Pik Lusche ab auf 14 Augen jetzt. Auch okay. Also der Start ist geglückt, wobei ich es natürlich noch nicht in der Kontrolle habe. Es braucht jetzt noch eine günstige Trumpfverteilung. Ja, das sieht gut aus. 43 Augen. Und jetzt nochmal ein bisschen Konzentration hinten raus. Natürlich wird der Karo König wohl jetzt bestellt stehen. Sehr wahrscheinlich bei Spieler 2. Unwahrscheinlich, dass Spieler 1 aus dem König zu dritt aufgeschlagen hat. Der wird eher blank gespielt haben. Jetzt also die Chance hier nochmal nutzen, auf die Herz Lusche die Karo Dame abzutragen. Ach, und hinten fällt sogar nur der Herz König. Dann ist ja alles gut. Dann passiert gar nichts. 61 hätten gereicht, aber durch diesen günstigen Verlauf habe ich jetzt hier sogar 70 Augen gemacht. Karo Bube noch im Stock, war allerdings gar nicht von Relevanz. Da habe ich mit dem Kreuz Buben dann am Ende ins Leere gezogen. Ja Mensch, aber wo bleibt denn jetzt mal das Anschlussspiel? Erst 40 gesammelt, dann 1 glücklich gewonnen. Aber jetzt bräuchte ich doch mal ein Brett von einem Spiel und nicht so einen rumpeligen Nullansatz, bei dem ich logischerweise überhaupt nicht in die Verlegenheit komme, überhaupt mitzureizen. Gut, da bin ich natürlich raus. Bleibt mir nur zu hoffen und die Daumen zu drücken, dass mein Partner bei der 36er Reizung auch noch die Hand voll hat. Krang, das ist mal immerhin interessant, wo ich eine Farbe frei bin und zwei Buben habe. Naja, und klar, 17 Augen, die sack ich hier erstmal ein. Und dann gucken wir mal, ob der Krang gut genug ist, um das zu verkraften. Oh, auf jeden Fall ist er erstmal ohne 2 und das heißt, jetzt sind die Buben raus. 23 Augen für uns und jetzt bin ich mal gespannt. Pikflöte bei meinem Partner. Jetzt werden da sicher auch noch die 3 Pikluschen kommen. Wir haben 40 Augen liegen. Gut, wenn der Alleinspieler noch die anderen 3 Asse in der Hand hat, also jetzt noch die fehlenden 2 Asse, dann kann ihm das noch reichen. Denn wir haben erst 50 liegen und ich kann jetzt natürlich nichts mehr wimmeln. Alleinspieler hat zumindest nichts beizugeben. Ja, aber das war es natürlich. Kreuz Ass auch noch bei meinem Partner. Also das war natürlich viel zu schwach. Kreuz Ass da, Melusche, da macht er gar keinen Stich. Die Vollen verbrennen ihm alle, wie er sie in der Hand hält. Also jetzt hat er natürlich mit 32 Augen einen ganz bescheidenen Eindruck nur gemacht. Das Spiel war aber an sich stärker, als es hier aussieht. Es ist einfach sehr ärgerlich für den Spieler gewesen, dass ihm das kurze Pik Ass aus Ass damit direkt im Aufschlagstich abgestochen wird. Da konnte er sich natürlich nicht wehren. Und jetzt hat er sich mit minus 420 natürlich eine sehr schöne Hausnummer reingezogen. Das wird also für Spieler 2 wahrscheinlich auch das Ende in diesem Turnier bedeuten. Ich liege jetzt natürlich nicht schlecht im Rennen. 166 ergänzt auf über 900. Das ist ja zumindest mal ein brauchbarer Einstand. Und ich sehe Volle und ich sehe Buben. Und die letzten drei Karten ergänzen das Ganze aber zu einem sehr, sehr schlappen Rollmops. Na, ob ich da überhaupt ans Spiel komme? Oh, was ist denn hier los? Passe, passe! Und das bei Gameduell, wo es immer heißt, da wird sehr mit viel Ellbogen-Mentalität gereizt, ist ja auch wahr. Aber immer ist es dann eben doch nicht so. So, die Spieler hier sind inzwischen auch ein bisschen geduldiger geworden. So, da muss ja eigentlich Bube und Ass drin liegen. Hopp! Ja, Bube und Ass, Herz 7 und Pik 8. Ich wird irre, das ist doch nicht zu fassen. Jetzt habe ich natürlich hier ein absolutes Krückenspiel. Also da weiß ich ja überhaupt nicht. Selbst wenn alles richtig günstig steht, braucht man da schon viel Fantasie, um ein gewinnbares Spiel zu erkennen. Und wenn es so schlecht ist, ein Spiel, dann greife ich häufig zum letzten Strohhalm und der heißt blanke 10. Natürlich ist das alles oder nichts. Wenn das nicht funktioniert, also wenn das Ass auf den Tisch kommt, du die 10 legen musst, dann kannst du das Spiel natürlich im hohen Bogen aus dem Fenster werfen. Wenn es aber funktioniert, dann macht das häufig nicht nur eben diese 10 Augen, sondern danach kannst du auch noch das Ass stechen. Also das sind dann manchmal mit Wimmelungen, das sind dann gerne mal 2-3 volle Unterschied. Also jetzt mit Plan B, Plan G10 und Daumen drücken. Überraschung hier im ersten Stich, kein Trumpf voller Feld, an sich kein gutes Zeichen. Heißt, dass mindestens 4 Trumpf dagegen stehen, das wäre jedenfalls die typische Interpretation. Und da kommt Trumpf Kreuz 7, oh oh, ich habe irgendwie nicht das Gefühl. Oh, Kreuz 9, tatsächlich hat das schon mal hingehauen. Also die Mindestvoraussetzung ist schon mal erfüllt. Die Kreuz 10 ging nach Hause. Und das ist ja wirklich interessant. Es fehlt das Trumpf Ass noch. Wer soll das Trumpf Ass haben? Also Spieler 2 wohl eher nicht. Spieler 1 steht dann wohl jetzt noch auf Kreuz Buben und Trumpf Ass. Warum liegt da denn das Ass nicht im ersten Stich? Also jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt. Wollt er jetzt überstechen? Nee, zum Glück muss er den Kreuz König noch bedienen. Gut, und dann habe ich jetzt natürlich eine Chance, das Trumpf Ass zu bekommen. Allerdings nicht, wenn der Spieler jetzt Karo trifft. Und eigentlich muss er ja Karo treffen, wo Pik König fällt, aber er spielt das Trumpf Ass direkt hinterher. Also das macht es mir jetzt natürlich sehr leicht. Da habe ich eigentlich nur eine Erklärung für. Er hat vergessen, dass ihr den Karo Buben habt, wollte hier Trumpf abziehen. Gut, da beschwere ich mich natürlich nicht. Das hätte dummer laufen können, denn jetzt langt es mir schon direkt mit dem Pik Ass. Brauche ich gar nicht mit Karo König erst vom Stich gehen noch irgendwie Jagd auf Bilder machen, sondern ich habe hier ein ziemlich schlechtes Spiel und dann noch gegen 4 Trumpf ganz lässig gewinnen können. Und das Ganze natürlich nur durch diese krumme, gewagte Drückung. Aber es will nicht so richtig. Also die Karte, es stottert doch. Ihr seht es, ne? Du gewinnst so eine Lerche, dann brauchst du an sich mal ein dickes Anschlussspiel, so Kategorie 72 aufwärts. Und stattdessen sind wir meilenweit von einer Reizung entfernt, also gar nichts kriegen wir hier. Ist ja nicht so schlimm, kommt ja alles vor. Beim Skat musst du ja auch gönnen können und jedes dritte Spiel steht dir ja auch zu, wenn man da betrachtet, dass drei Spieler mit dabei sind. Aber trotzdem, hier bei so einem Turnier, da willst du natürlich mal, dass es sich ein bisschen einseitig entwickelt. So, genug lamentiert. Aufmerksamkeit wieder auf das Spiel. Ist nämlich ganz interessant. Spieler geht über die Dörfer, zieht gar keinen Buben und jetzt wird ihm hier das Kvass abgestochen. Also garantiert hat mein Partner noch einen zweiten Buben, würde ich vermuten, dass sonst ein Bube rausgekommen wäre. Auf jeden Fall steht natürlich die Karte nicht günstig. Und warum sticht der Alleinspieler denn null Augen in Kreuz? Also da hätte er vielleicht doch ein bisschen mehr Geduld haben müssen. Jetzt wird er dieses Spiel natürlich nicht gewinnen können und jetzt gibt er auch auf. Okay, das Spiel war in dem Moment wohl verloren, wo Karo Ass nicht läuft. Da mussten schon die Vollen laufen, das war nicht der Fall. Aber, naja, so richtig überzeugend bei der Reizung war der Gang auch nicht. Es soll nicht mein Schaden sein. 40 Punkte von der Seite. Das war das Beste, was mir passieren konnte. So, und jetzt vielleicht nochmal. 3 Asse, eine 10. Okay. Mittelhand. Aber 0 gucke ich mir natürlich auf keinen Fall an. Und auch nicht den Kreuz. Also ein bisschen kann ich, aber ja, es ist so ein Spiel. Du kannst auch mit dem richtigen Bauchgefühl, kannst du natürlich auch noch weiter reizen. Das Ding auf Grain ziehen oder Herz ohne 4. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, so wie die Karte hier läuft, jetzt alles auf eine Karte zu setzen gegen die Reizung. Das ist dann vielleicht doch zu übertrieben. Die Chance ist einfach nicht gut genug. Und jetzt gucken wir mal, ob der Kreuz denn hier eine Chance hat. Die Beikarte ist zumindest mal nicht so überzeugend. Und Pik 10 wurde auch schon verhaftet. So, das Spiel scheint ohne 2 zu sein. Also dem gebe ich keine guten Chancen. Er hat natürlich noch eine Piklusche in der Hand. Und wenn er die gedrückt hat, was ungewöhnlich wäre, dann hätte er 2 Karos in der Flosse. Mein Partner macht noch den Stich mit dem Kreuz Buben. Also das sollte jetzt für uns funktionieren. Da kann ich jetzt sogar die Herz 10 mal ins Geschäft investieren. Oh, mein Partner pfiffig wirft ab, damit er jetzt 2 Trummstiche macht. Das langt für uns auch. Und nein, das Kreuz Ass war im Skat. Ich hatte noch irgendwie so das Gefühl. Aber das Gefühl hatte ich erst jetzt, wo ich drauf schaue und nicht da, als ich gespielt habe. Mensch, das wäre das 4. Ass gewesen. Dann schnell 21 drücken und gang ohne 4 durchziehen. Naja, gut. So gab es mal wieder 40 von der Seite. 150. Also ich würde sagen, obwohl es relativ bescheiden von der Kartenlage ist, sind die Punkte noch ganz okay. 1074 jetzt noch 3 Päckchen. Also für einen guten Preis, 20, 30, vielleicht sogar 40 Euro, könnte das noch reichen. Ja, ja. 6 Trumpf mit dem Ass. Klar. Klar reizt sich Pieck. Ja, und klar wird mein Spiel gehalten. 22. Das Ding jetzt auf Hand? Hm. Nee. Guckt euch mal, zählt mal meine Vollen. Im Prinzip kontrolliere ich hier nur einen einzigen Vollen. Logisch, irgendwas liegt noch drin. Kreuz, willst du vielleicht einen Vollen mal stechen. Aber letztlich, ich sehe noch nicht, dass ich hier auf 4 oder 5 Volle ohne weiteres erobern kann. Schon gar nicht beim Handspiel. Ja, und der Kreuz, der macht wohl einen ganz leichten Eindruck für den Alleinspieler. Wo schon Karo Bube eben fällt, muss der ja mächtig trumpfstark sein. Dann nehme ich auch direkt raus. Vielleicht kommen wir Schneider frei. Das ist hier wohl die beste Chance, die wir haben. Oh, sogar noch ein Karo. Jetzt bin ich ja doch überrascht. Ja, interessant. Interessante Trumpffolge. Also macht jetzt hier, glaube ich, keinen großen Unterschied, aber doch lustig zu sehen. Mein Partner gibt mir im ersten Stich Karo Bube und hat dann hinten raus noch Trumpf Ass und Zehn. Das würde ich euch grundsätzlich nicht empfehlen, euren Partner so zu blöffen, weil der dann gegebenenfalls eine ganz andere Kartenkonstellation dahinter sieht und anders spielt. In dem Fall hier war es tatsächlich egal, aber blöfft lieber nur den Alleinspieler und nicht euren Partner. So, was haben wir denn hier? Ja, also irgendwie jetzt sticht mich doch der Hafer. Es muss doch mal ein bisschen was passieren. Ich muss jetzt mal die Karte ein bisschen kneten. Hier, Pik kann ich erkennen. Vielleicht wird sogar ein Krank, wenn noch mal ein Ast drin liegt. Naja, wohl eher ein Pik, ne? Auf jeden Fall, überraschenderweise, muss ich sagen, bin ich jetzt hier bei 27 rangekommen. Ich hatte mir vorgenommen, genau bis 33 zu reizen. Ja gut, also Karo kann es natürlich auch noch werden, aber jetzt brauchen wir schon eine günstige Findung. Einmal Treffer, Pik 8 und Herz König. Also nein, 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 eben lag das Ast drin und jetzt liegt so ein Gemüse drin. Ich meine, gut, ist ja klar, wie wir drücken. Zwei Karten Herz drücken und jetzt den 4-Trümpfer-Pik. Wenn die 3 vollen laufen, dann sieht es schon nicht so schlecht aus. Vielleicht gibt es Karo 10, aber an sich muss ich natürlich auch in Herz mal Ast oder 10 gestochen bekommen, dass ich mindestens auf 4 oder gar 5 Volle komme. Also das Spiel ist nicht ohne Chance, aber es braucht schon eine günstige Verteilung und einen Verlauf, der nicht meinen Plänen entgegenläuft. Und das würde ich sagen, das ist es gewesen. Ich schreie, ihr hört mich schreien. Und seht ihr hier den kleinen Pfeffi? So wie er schreit, so habe ich geschrien, als ich diesen Stich liegen sehe. Karo Bubel sticht mir die Kreuzzehen. Und damit würde ich sagen, egal was jetzt noch passiert, aber es passiert auch nichts Gutes. Herz 7 und 9 legen sie mir hin. Jetzt wollen sie mich ausziehen, ausräubern. Oh, das Spiel ist hinüber. Gut, hier, immerhin nochmal ein Highlight. Drei Damen beim Skat. Das gibt es also auch nicht so oft. Die vierte habe ich hier noch in der Flosse. Aber das Spiel ist jetzt natürlich nicht zu gewinnen. Und jetzt rechnet schon mal vorweg. Wir haben es ja eben schon gesehen bei den anderen Spielern, was so ein Spiel kostet ohne 6. Spiel 7 verloren 14. Das ist ein teures Ding. Das werde ich jetzt nicht so ohne weiteres wegstecken. Damit kann ich mir also hier einen Platz an der Sonne in die Haare schmieren. Na gut. Okay, 39 Augen, also schnell weitermachen. Das war jetzt auch keine große Kunst. Das war zu schlecht. Und jetzt kommt plötzlich die Karte. Warum kam die denn nicht vorher? Dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Geduld gehabt. Jetzt kommt hier so ein halber Krang Hand. Na gut. Jetzt gucken wir lieber rein. Wieder nicht doll gefunden, aber klar. Den Krang drücke ich jetzt natürlich so mit dem Pikönig im Blatt für eine Schneiderschance. Herz fällt schon mal raus. Das ist gut. Da kann nichts mehr passieren. Herzkönig macht keinen Stich. So, jetzt Pik 1,1. Dann ist das Schneider. Na, nee. Ist mir auch nicht vergönnt. Also es ist doch so ein bisschen dann der Wurm drin gewesen. Ihr seht das auch an solchen Kleinigkeiten. Selbst zum Krang. An einem guten Tag. Da klappt das dann auch mit dem Schneider. An diesem Tag dann nicht. Aber das ist natürlich gar nicht das Wesentliche. Sondern es sind die beiden sehr teuren Spiele, die ich hier verloren habe. Das eine ja nun ganz deutlich eben. Und ja, jetzt habe ich hier 988. Die letzten beiden Päckchen liefen sogar noch richtig gut. Ich habe es euch hier gezeigt. Zweites Grad Masters. Das könnt ihr vielleicht erkennen. 1366 hatte ich am Ende. Das hieß den 10er Einsatz. Den habe ich mir genau zurückgeholt. Also viel Spaß gehabt. Nichts verloren. Aber natürlich auch noch nichts gewonnen. Das Ergebnis taugt noch nicht für eine Wertung. Auch nicht in der Rangliste. Also werde ich weiterhin am Ball bleiben. Ich hoffe, ihr tut das auch. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Blut geleckt. Unten findet ihr den Link, wenn ihr auch mal dieses Skat Masters ausprobieren wollt. Meine Empfehlung. Macht das ruhig mal. Es lohnt sich. Und damit sehen wir uns in zwei Wochen mit einem weiteren Versuch, wenn es wieder darum geht, den Jackpot anzugreifen. Und damit sehen wir uns in zwei Wochen. Und damit sehen wir uns in zwei Wochen.